Ja Leute, was geht ab? Ich wünsche euch euch auf meinen Kanal. In diesem Video mache ich neue Woche 8 wöchentliche Aufträge und ich würde sagen, wir fangen jetzt den ersten Auftrag an und zwar lege die Fans beim Sprint-U zurück. 1700 Meter. Ja Leute, für diesen Auftrag müsst ihr einfach mal landen. So, ihr müsst einfach mal die Sprint-Tasse drücken und ja, ihr könnt auch einen grünen Baran essen, da seid ihr schnell auf jeden Fall. Aber ihr müsst einfach mal sprinten, dann habt ihr auch, also 1700 Meter, dann habt ihr auch einfach mal diesen Auftrag abgeschlossen, Leute. Der nächste Auftrag ist unser Gemma auf der Bühne von Restored Wheels und der Tanzfläche von Slumberyard. Zweimal und wir gehen einfach mal hier hin. Zack. Auf der Karte. Eine Sekunde Leute. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist ein Glitch. Hier, ganz genau hier. Unten. So, ich geh einfach mal hin. So. Eine Sekunde Leute. Hier. Einfach mal hin. Und ihr müsst einfach mal hier OT Future Remix. Und ihr müsst das einfach mal machen. Und ja, dann habt ihr auch eins von zwei Leute. Äh, so. Ich geh einfach mal kurz hier hin. Ich geh einfach mal hin. Ich geh einfach mal hin. Und dann einfach mal ein Jam-Song. Auf der Karte. Und ich hab' ihn gefunden. Ganz verlaunt hier. Und ja, der letzte Auftrag. Und zwar sammle Waffen beim Gipfell-Tempel auf. Zwei Waffen. Dann sagen wir uns einfach mal gleich wieder. Und ja, das hier ist ein Gipfell-Tempel. Auf der Karte. Ganz genau hier. Und ihr müsst einfach mal Kissen aufmachen. Zum Beispiel die hier und hier sind Waffen drin. Die Waffen müsst ihr einfach mal aufsammeln. Äh, es gibt's auch hier. So. Überall heißt Sachen. Und ihr seht jetzt überall halt. Einfach mal zwölf Waffen öffnen. Da habt ihr auch diesen, auf, äh, zwölf gesagt, zwölf Waffen einsenden. Da habt ihr den Auftrag auch schon abgeschlossen. Und ja, Leute. Ich hoffe, dass ihr euch da habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr müsst gerne like, glaube nicht. Gerne meinen Kanal. Ich lasse mich nicht, dass ich kein Videos mehr verpassen kann. Ich sage mal, was mit dem Video. Und ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.